Aufnahmen Läuft 3, 2, 1 Jojo, Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Joe Corner Aber jetzt bekommen wir jetzt eine weitere Runde Römer 6 EAT Ja Ja Und Nico Nuggelt Ja Jetzt wollen wir das nicht lassen können Ja Scra Nice Recruit Beach Und einem Ah, Nico Ja Ja Ich soll vielleicht eine Ausrüstung bestätigen Äh, na, hm Äh Verkackt Ja Ich geh, ich geh, ich geh zufällig rein Wohl Mh Oh boy Get triggered So, erstmal stehen bleiben Spawnpunkt auswählen Okay, T-Zimmer Zwei Euro Auf T-Zimmer Evo auf T-Zimmer Jo, auf T-Zimmer Ach, scheiße, ich war zu dicht an der Wand Fuck 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 me Fuck die Schena Letzter ist Ella Ella, 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 E Ah ne, nicht Ella Ella ist schon blockiert Äh, hab ich auch weggecheckt, wer ist der Letzter Falk Falk Das war der Rekrut. Ella war drüben in einem anderen Gebäude. Miko rechts. Ja. Was soll ich machen? Haben ihn gehört aber das bringt mir auch nichts. Ja du bist der letzte aus unserem 3er gespannt. Ah! Okay. Oh mein Gott. Den hab ich aber ganz schön lang gesehen. Junge, ich schwöre. Brutal brutal. Muss man lieber den Fernseher anmachen auf Krampf alter. Oh Leute mein Spiel ist aus. Okay ist es wieder da? Ja vielleicht nicht raustappen. Hab ich nicht. Ja ja. Wie viele Bildschirm hast du? Zwei. Kann schon passieren was du sie mal raustappst. Hast du gesagt Ella war vorhin auf der Treppe im anderen Gebäude. Aber. Okay es war ein Stück weit. Rechts. Du kommst da nicht rein ne? Ja. Oh vielleicht. Lebt wir gleich noch gar nicht an. Ne. Mist. Fuck. Mal nebenbei müssen 50 Football laufen lassen. Huh. Das ist ja offen. Hm. Huh. Hier stehen ja zwei Stück. Huh. Den hab ich getroffen. Oh Mann. Da ist die andere. Huh. Stirb. Hüpfe rein. Hüpfe die Hüppe. Kann ich nicht. Lol. Ja musst du außen rum rollen. Warte. Die haben meine scheiß Drohne zerstört. Jawalski. Scheiße. Good Job. Oh Nils ist wieder ein Markiermeister alter. Oh. 235 Points. Wo kriegt man eigentlich das Emerald Waffendesign her aus welchem Pack? Das ein welch was? Das kriegst du aus keinem Pack. Das hab ich auch. Meinst du diese Elefantentarnung oder was? Nein. Achso. Da weiß es nicht. Emerald. Keine Ahnung man. Weiß ich nein. Rubin. Da war ich deutsch mit mir. Das ist voll geil. Ja diese Saphir Tarnung. Oder diese Rubin Tarnung halt. Oh fortbar geht's direkt wieder auf die Fresse alter. Denk mal dann wahrscheinlich irgendwie so ein lilanes, blaues oder goldenes ne? Gibt's die drei? Meiner. Denk mal. Guck mal kurz. Das wäre eine gute Idee. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Ist das eigentlich locker? Ne das ist jetzt. Ah den muss man extra kaufen. Wie viel? Wie viel Geld? 299. Das ist doch nicht Casual oder? Nein das ist Rank glaube ich auch. Ja das ist Rank. Ich hab einfach nur Links wieder auf Multiplayer mit rein suchen gelegt. Scheiß Kackschwone man. Boah stimmt. Ja Triad und Casual. Jetzt geht's los. Ja. Am besten noch mit Dropshot oder? Ups. Sorry. Ups. Das war ein bisschen hart viel. Aber ich brauchte das Lock. Du hast meine Drohne zerstört. Den Satz kenn ich nur zu gut Junge. Tätig die Drohne? Oh nein der hat dir zum scheiß Schild hingestellt. Nein. Was ist denn das jetzt? Das ist locker ne? Nein das ist Rank. Hä ich konnte nie was auswählen. Irgendwie wo ich hin wollte. Zum Spawn. Doch. Da läuft schon mal eine Branne. Höch? Loll. Ja das war's wohl. Uh. Hinten an der Treppe im Süden. Beziehungsweise drum. Für den Scheiß. Garten. So spiel ich grad so nabbelig Alter. Wir kommen mit ihm. Lief alles gut. Zehn Kills. Weit so. Uh ne. Nein. Hey da kommt einer rein. Da. On Pink. Ciao. Kommt drunter. Boah. Alter wir. Ich hoffe ich zugegelaufen kam. Geil. Da ist nachdem der piekt einer. Der hat direkt die Falle kaputt. Da ist noch einer am pieken. Auf der rechten Seite. Da wo das Fenster ist. Hä? Ach da. Ok. Ich hab's gesehen. Ja. Spreng dich selber. Und rechts von dir gleich n Karaoke ist was. Aber wenn das hinter dir raus droppt sag ich dir Bescheid. Bin in der Weltcam. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Alter der ist nicht gestorben. Ne. Und dann hat er noch 5 HP oder was. Alter. Das ist schon. Absolut lächerlich diese kacke Schulter man. Reu dich. Ich. 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 Jetzt bin ich scheiße. Ne. Ne. Wenn noch einmal so ne Scheiß passiert. Brech ich mein Headset auseinander. Ohne Witz. Geil. Kannst du denn live. Stream davon machen. Ja bitte. Ich hab keine Kamera. Ja. Ich hab keine Kamera. Handy. Handy. Ah. Aber bitte wie du es so wirklich so. In alle Einzelteile zerlegst. Ihr wollt doch bloß ein geiles Thumbel. Ja. Hab ich jetzt schon. Auf jeden Fall eine Titel Idee. Well done. Rage Monster. Ok. Ne da ging es raus. Was ist hier da rein. Oh. Ich. Oh ja. Oh. Da haben sie. Die machen schon wieder haufenweise Löcher an dem Boden. Oh. Sieht nicht schön aus. Nein 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 nein. Scheiße. Hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Kannst du es nochmal wiederholen? Ok. Nein. Nein. Ah. 10 Sekunden zur Insertion. 5 Sekunden bevor Insertion. Dreistigkeit nicht zu überbieten. Ok. Ui Hallo, eindringen Das macht der Miko gerne Mhh Mhh Kleine, kleine, saftige Biii Ist da einer gewesen? Ein 2x Drum Recht deutsch, ich hab keinen Plan wo das ist Ja, da bei den beiden Fingers Hä, was alter Okay Ab 19 ist okay Was? Ich bräuchte Hilfe Nein, ich krieg ihn nicht Was ist das denn? Ich kann dir grad nicht helfen Ich hab grad ne Legion Treppe am Arsch Einer ist an der Treppe nach unten, alter Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten kommen 2 Von hinten kommen 2 Nein Forst und illa Der ist ja auch hart mies ey Da kannst du unter dem Smoke durchgucken Ah, der Smoke ist tot Wir sind unter dem Tisch im Raum Erst nach unten Oh geil Last one is in the side, inside this room The door Hast du noch ne Drohne? Mhh Fahr nicht, versuch nur Okay, das reicht, das reicht Frostrapp 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 Abwohl, eliminated Headset ist kaputt Sag mal was Ja Ja ich hör dich noch auf einem Ohr Headset ist kaputt Ich mag ein Vollidiot sein, aber das war absolut berechtigt Alter ey War das ein teures? Nö 30 Euro Okay gut Heldset ist kaputt, ich bin dann Ja Ähm Warte du Du kannst aber doch von Auf einmal so Ich schick dir kurz ein Bild Nils Warte mal Du kannst aber doch von 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 Leck mich Lass Alter ey Ja、、... Ha Oh Wacağım Oh, ich hab das jetzt halb so auf meinem Kopf liegen, Alter. Leite das mal weiter. Ich will auch mal gucken. Ich blende das ein. Ich blende das ein. Ohne Witz, ne? Das fuckt so ab, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Da gibt's hier. Warte? Du musst aufpassen hier, ey. Oh, da. Nachricht. Du, da sind ja beide Dinger davor komplett ab. Ja. Aber an dem einen hängt noch das Kabel, ja. Ja, und darüber hör ich noch was. Ich geh jetzt einfach auf Rushing Tour hin. Und jetzt zum Beispiel hätte ich mein Headset schon wieder weggeschmissen. Nein. Ich geh jetzt auf Rushing Tour. Und weg, ja. War erfolgreich, oder? Nee, kannst du nicht durchschießen. Das ist ein guter Schrank. Ein guter Schrank von Ikea. Ja. Mhm. Ja. Willst du mich flaxen, Junge? Wie viel Flulli, Lulli? Nee. Äh, Garnus war's. Ja. Ja. Haben wir jemanden vernünftiges? Kann die Claimor nicht abschießen. Was? Ey, kann mal hier einer bitte vorbeikommen und die Claimor wegmachen? Kann mir mal wer von euch vernünftige Kopfhörer empfehlen? Also richtig geile so. Ja, für 300 Euro. Kenn ich da einfach. Junge! Ich hab gute, also meine sind gut. Wie teuer? Äh, glaub 45? Oder das HyperX Cloud Headset. Nein. Aber das sollte man nicht durch die Gegend werfen. Nein. Ich glaub, meine würden aber auch, wenn ich die wegschmeiße, würden die, glaub ich, auch so aussehen wie die von dir. Warte mal. Ich guck kurz, wie die heißen. Was ist das für ne Folge? Du bist so schön. Ja, ist schön. Logitech G430 hab ich. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Keine Ahnung, ich guck einfach, was ich bei Mediamarkt morgen finde und fertig, Alter. Ah, ja. An wen leute ich das noch weiter? An ihn hier. Soll ich das meinem Vater schicken? Das kannst du auch theoretisch auch posten, wer weiss. Wo posten? In ein paar Wochen kommt mein Achter an. Bild richtig hochladen. Bild richtig hochladen. In ein paar Wochen kommt mein Achter an. Posten, eher so richtig chillige Bilder. Dickpick is da. Ja, der steht da rum. Das ist eine Herzenreparierung mit Sekundenkleber. Ne, ne. Das, das. Bleibt jetzt so bis morgen. Wenn du das nur auf einer Seite. Ich krieg jetzt den vier Nachrichten, Alter. Wenn du das nur auf einer Seite hast, dann könntest du in so ein Callcenter arbeiten. Ja. Telekom-Support, what can I do for you? So, welch arschgeigen Hammer denn da. Oh mein Gott, Alter. Du wurdest entdeckt. Das finde ich jetzt mal nicht so famos. Oh. Ist hier schon? Ne. Ich dachte hier ist schon was. Ohne Witz, ne. Ich schick das an fünf Leute. Und ich krieg auf... Ohne Witz innerhalb von drei Sekunden die Nachrichten. Oh, wie geil denn. Jäger ist weg. So, wo sind die? Ich mache ja jetzt voll Karamba. Oh, Junge, Alter. Voll erschrocken. Leck mir die Eier. Ähm, ähm, Eldar's Peak ist Drum oder so. Sind die oben? Ja. Die sind definitiv oben. Direkte Achtung, Ende ab. Ich brauche Hilfe. Hey Junge. Wally. Nein, warum stimmt Wally? Was ist denn das für ein Rekruten-Sohn, Junge? Oh. Oh. Down to one friendly. Yo. GG. Warum, ach. Warum ist denn der freigefuggen, der Typ? Ja. Spielt der mit Controller, Junge? Weiß ich nicht. Oder Maus Sensivity auf Minus 2. Oh. Okay. Nix gesagt. Alter, er soll unbedingt... Da ist er noch. Okay. Ist das dein Ernst? Er soll unbedingt wegen... Ja, hier links. Ja, da ist er. Kann er sich nicht mit... Ich glaube nicht, dass er da trauft. Use your shock ground. Okay, sie ist in den Raum. Go, go ahead and taser her. Das war ein Fehler. Da ist sie. Was? War doch kein Fehler. Alter. Jo, wahrscheinlich. Junge. Guck mal, da siehst du nur so einen kleinen Zipfel da so. Alter, er ist direkt drauf. Läuft eh. Da kennt er gar nichts, Alter. Er rastet komplett durch. Ich hab den schiefen Kopf, Alter. Austicken und durchrasten, was? So, Buis. Ich schmeiße jetzt noch ein paar Camps. Verkriech mich irgendwo. Hin und hörst dich auf Steps. Ah, ich bin ein Ura Guta, Alter. Oh, gut. Oh, shit, Johan. Alter. Und der zwischendrin ist so ein Fuban. Als wärst du an der Wand zerplatzt. So, weiter geht's hier. Jo, alles klar. Magazin auf ne Drohne. Jo, klar. Jo, nochmal voll auf die Drohne. Jo, nochmal voll auf die Drohne. Hm. Hm, ja. Also, das Wetter heute ist schon, ähm, ja, deliziös. Könnt man fast sagen, ne? Ich leg mich jetzt hier auf den Teekessel. Ich kann nur einen geben. Aber drei Leute, keine Rüstung. Einer davon bin ich. Hinter mir steppt was. Leckt von mir. Leckt von mir. Einer davon. Möchtest du auf dem Geld? Wir sind hier auf den Teekessel. Einer davon. Wo ist das weg? Oh, das ist weg. Ich kann eigentlich meine Bose-Kopfhörer benutzen, warte mal, ja fuck, ah ok, hab ich kein Problem mit Ah, unterfliegt mein Headset, wuh, scheiße, hier lag doch gerade einer, ah, lag hier nicht gerade einer, oh, ah, da kommt drum, drum, Nuggets, drum, ja, hast du fein gepinkt, okay, Danke, Mama, Moment, wir haben doch irgendwo Camps, da war der doch gerade scheiße, so, ich, jetzt höre ich euch wieder, lol, ich sehe nichts und bin weg, lol, Nico, 1G4, ja, ok, warte, Ich, warum mache ich jetzt schon wieder nur so wenig Kills, ach, come on, das ist nicht fair, dann eben in der Runde 10, jetzt 2, ich habe nur 9 und 1 und vorhin hatte ich auch 9, lol, das Ding ist, ich weiß nicht, wie laut ich jetzt rede, weil ich höre mich selber gar nicht, Ich, quasi, gut, genauso wie eben, jetzt habe ich wenigstens was zum Werfen, Ah, fuck, ich wollte morgen ins, oh, Was, solltest du, morgen, ins Gym, ah, kacke, Gym, 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 Geht beim Morgen leider auch nicht, Ja, beim 1 Schuenschluss, und beim 3 muss ich arbeiten, Oh, wie ist arbeiten? Wird's was denn arbeiten? Callboy? Callboy mit einer Hörmuschel, Wie leitet sich denn von dir aus? Nee Arbeite, als Person, die Geld bekommt Haha, yeah boy Mir fällt gerade ein, ich nehme schon wieder, glaube ich, ein 720p auf Echt? Oh, ich bin nun voll HD auf, mit 60 FPS Ich hab das gleich vom Stream noch so eingestellt Boah, halt Scheiße, jetzt müssen wir ja noch 2 Runden gewinnen Ja, ich musste gerade erstmal meinen PC kurz ein bisschen umstellen, damit ich, äh, damit das Kabel überbreicht, weil das so kurz ist Hm Ich hasse dieses Spiel Will, warum spielst du es da? Ah, ah, ah Er ist jetzt tot Ja, von drüben kommen 2, Achtung Hä, wo ist die? Jetzt soll die hinkommen So da Reloaded Okay Wally Oh, ja, die ist, ähm Ja Was war das denn gerade? Sag mal, das ist mitten im Flur LOL Ich hab meine... Alter Ey, das müsst ihr euch in der Aufnahme angucken Ich hab mit meiner einen... Mit meiner einen Legion Trap Hab ich die andere Irgendwie Nach ganz unten geschossen Kabums Allah Zack Oh, da war der Dropshot Und da unten ist irgendwo meine Legion Trap jetzt auf einmal hingelandet Und nach dem Dropshot 3, 2, 1 Naja Naja Ja, so Ein gemütliches hinlegen Nja Bisschen spät hier, der Robbit Ein gemütliches hinlegen, Junge Hehehe Yeah Yeah, boy Oh, yeah Wolltest du jemanden gescheiten Attacker Operator, bitte Habe ich Ich brauche einen Hör mir zu, wenn ich mit mir rede Wenn ich mit mir rede, ja Ja, wenn ich mit mir selber rede, Junge Ja, wenn ich mit mir selber rede, Junge Ich hab meine Selbstgespräche am Stiesel Soll ich die Glatze nehmen? Die Mütze Glatze? Ja Glatze? Nee, die ist nicht gut Nein, 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 nein Soll ich die Glatze nehmen? Ich wollte eigentlich noch Mama nehmen Wäre auch in Ordnung Dir, ich glaube, eine bessere Waffe Ja Ja, deswegen Aber hier, mit dieser Account Ah, ich hab Rotka, hä? Oh Das ist natürlich auch nicht schlecht Hehehe Der ist ja nicht schlecht Das recht Tee Moment, die Schuhe haben wir? Oh, Miko schmeißt direkt auch noch sein Handy weg Hehehe Äh, soweit kommt's noch Einmal der Mitte durchgebrochen, oder? Also ich bin... Ja, mit dem kleinen Finger Ne, so blöd bin ich denn auch nicht Also ich bin schon hart blöd, aber so blöd dann doch nicht Problem kann ich 10 Sekunden zu insertion Aber mein, wenn mein Handy jetzt zerbricht, wär's mir sowieso scheißegal Kriegst du denn ein neues, oder was? Ja, ich krieg jetzt bald ein neues So, gleich kriegst Bricht doch noch der Tinnis oder? Ich hab eins bestellt, ich hab eins bestellt Ne, man, der ist so aus hartfettem Holz, Alter, da bricht gar nichts Gleich rums Das hört man, ey Ja, ne, der ist außen so mit so einer 2mm Echtholzschicht Gedingenst Mhm Und dann, äh, 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 innen drin ist dann so Pressspan Ne, das ist voll, äh, voll Holz Also, richtig 100% Alles So wie dein Kopf? Eine Platte, Mann Ja, Mann Der ist aus 100% heißer Luft, Alter Wow, da ist ja Nix verstärkt Wollen wir mal kurz Geht's frei? Sorry fürs knistern, aber ich ess grad die ganze Zeit Bonbons Rumm 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 Ernt der Aufnahme Das war ja geil ja Ernt der Aufnahme sorry Warum ist hier nichts gescheites zu essen? Hab ich doch wunden Komm dort zeig den Kopf Blütt mal Auf Frost Mh Siehste Mal hab ich's gesehen Zack Nein Nein Die Disco Kugel Siehste ich hab sogar noch Mit der Glatze Amazon So ein Junge da hat sich das Mikrofonzerstörn doch gewohnt einfach Mikrofonfall Jaja schmeiß direkt dein Mikrofon in die Gegend Dann wär over alter So Trotz der Menge Scheiße erzählen nem lustigen Ausraster 13 13 Wie ich sagen 3 Ach Gott 3 Cool Na komm schon Jetzt noch das Alpha Pack Dann hat sich's gelohnt Wenn's dir gefallen hat lass doch einen Daumen nach oben da Schreibt den Gruppen nach Verbesserungsvorschläge Jaaaaah Genau Haut's rein Ciao Ciao Servus Ciao Ciao Jaha